Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von NADA Safety Test Solutions. Heute möchten wir uns mit den Grundlagen und der Messung von 5G-Signalen beschäftigen. 5G, was ist das eigentlich und wie misst man es korrekt? Das Video ist in vier Teile aufgeteilt. Teil 1 des Videos gibt einen Überblick über die verschiedenen Mobilfunksysteme, angefangen bei GSM. Teil 2 erklärt Begrifflichkeiten wie TDD oder Beamforming. Teil 3 geht auf den Einfluss von 5G auf die Messtechnik für elektromagnetische Felder ein und nimmt sich der verschiedenen Messsituationen an. Teil 4 schlussendlich beschäftigt sich mit der Frage, warum eine Extrapolation auch für 5G sinnvoll ist und wie der aktuelle Stand bezüglich einer Messempfehlung ist. Beginnen wir mit dem Überblick über 5G und vorhergehenden Mobilfunksystemen. 5G oder 5G New Radio, wie es auch gerne bezeichnet wird, ist der Mobilfunkstandard für die kommenden Jahre. 5G New Radio und die damit einhergehenden Technologien und Frequenzen stellen teilweise neue Anforderungen an die Messtechnik, wenn es um die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern geht. Parallel zu 5G wird im Mobilfunk jetzt auch das Beamforming und das Massive MIMO ausgerollt. Aber blicken wir einmal kurz zurück und vergleichen wir 5G mit den vorhergehenden Mobilfunksystemen. Der Überblick zeigt, dass mit aufsteigendem Index der Mobilfunkgenerationen nicht nur die Frequenzen steigen, sondern auch deren Bandbreiten. Um den Datenhunger der digitalen Welt zu stillen, werden inzwischen Bandbreiten von bis zu 400 MHz benötigt. Solche Bandbreiten stehen in den herkömmlichen Frequenzbändern des Mobilfunks einfach nicht zur Verfügung. Von daher ist das Ausweichen auf höhere Frequenzen vorgezeichnet. Im Gegenzug dazu erhalten wir Datenraten, von denen wir vor kurzem kaum zu träumen wagten. Und so wird 5G nicht nur im Mobilfunk zum neuen Standard, es kann auch viele alte Dienste ersetzen und in viele Applikationen vordringen, in denen Mobilfunk früher keine Rolle spielte. Denken wir nur an die Nutzung im industriellen Umfeld, das IoT- oder Car-to-Car-Kommunikation. Was 5G zum Beispiel so attraktiv für die Industrie macht, ist die schnelle Reaktionszeit, die Latency. Hierdurch ist es möglich, auch Aufgaben aus der Maschinensteuerung zu übernehmen. Bei der Übertragung von Mobilfunksignalen wurden schon von Beginn an MIMO-Antennen verwendet. Was das genau ist, soll im nächsten Kapitel erläutert werden. Von der Signalstruktur ist es 4G LTE sehr ähnlich. Im Frequenzbereich bis 6 GHz kann 5G bis zu 100 MHz Bandbreite belegen, also 5 mal mehr als LTE. Zudem wird es erstmalig für den Mobilfunk auch Frequenzen belegen, die deutlich höher sind als 6 GHz. 24 bis 30 GHz bei bis zu 400 MHz Bandbreite ist nur der erste Schritt. Weitere mit höheren Frequenzen werden folgen. Auf diesem Bild sieht man einen spektralen Vergleich der Mobilfunkgeneration. Alle sind mit dem gleichen Frequenz-Span aufgenommen. Lediglich die Mittenfrequenz ist unterschiedlich. Sieht man bei GSM noch einzelne Träger, sind diese bei höheren Generationen so eng gepackt, dass es bei einer Übersichtsmessung mit dem Spektrumanalysator wie ein kompakter Block aussieht. Die Ausnutzung des Frequenzbandes wird immer effizienter. Ende Teil 1 Teil 2 beschäftigt sich mit den verschiedenen Begrifflichkeiten und Technologien, die mit 5G zum Einsatz kommen. 3 6 7 6 8